Ja, servus Leute! Der Ford Mustang Mach-E und das Tesla Model Y sind zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben heute den 11. Dezember 2020 in Deutschland noch gar nicht ausgerollt, also die sind auf der Straße noch gar nicht zu sehen, und doch haben in der E-Auto-Blase die Diskussion darüber schon begonnen, welches dieser beiden Autos denn das bessere ist. Und da ihr wisst, dass ich keinem kontroversen Thema aus dem Weg gehe, werde ich in diesem Video endgültig und zweifelsfrei belegen, dass der Ford Mustang Mach-E das bessere Elektroauto ist als das Tesla Model Y. Und natürlich habe ich mir dafür auch wieder ein Bewertungsschema überlegt. Und hier seht ihr auch schon das Bewertungsschema, ich habe das schon mal mit so ein paar Stichpunkten für mich befüllt, damit ich auch weiß, wie ich die einzelnen Bewertungen dann vornehmen muss oder anhand welcher Kriterien ich sie vornehmen muss. Dieses Bewertungsschema werde ich auch unten wieder in der Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr selbst das gewichten, wie ihr das bewertet, und eine eigene Punktzahl praktisch vergeben. Zur Erklärung, ich werde Punkte von 1 bis 5 vergeben und ich werde auch eine Gewichtung dieser Punkte vorgeben, weil zum Beispiel Preis ist mir super wichtig und ja, was nehmen wir noch? Modellauswahl ist mir vielleicht nicht ganz so wichtig, Verarbeitungsqualität außen ist mir nicht ganz so wichtig, so kann ich halt nochmal ein bisschen gewichten, wie viel diese Punktvergabe dann auch im Endergebnis sich auswirken soll. Und jetzt beginnen wir direkt mal mit dem Bewertungspunkt Preis. Und da müssen wir natürlich erst mal schauen, mit was für Autos wir es überhaupt zu tun haben. Vom Tesla Model Y gibt es im Moment nur die beiden Allradversionen mit maximaler Reichweite und die Performance Version, die mit der maximalen Reichweite, die werde ich als Vergleich zum Mustang Mach-E heranziehen, denn die kommt am nächsten ran an die Daten vom Mustang Mach-E mit Allradantrieb und der Extended Range. Und es gibt hier auch nicht so viel dazu zu konfigurieren. Ich werde bei beiden Fahrzeugen keine extra Farbe auswählen, ich werde keine extra Felgen auswählen. Einhängerkupplung lasse ich weg, weil das für mich nicht die Rolle spielt. Die einzelnen Ausstellungsdetails, die sind bei Tesla ein bisschen dünn beschrieben. Das ist alles, was ich jetzt gefunden habe. Ich habe auch nichts Detaillierteres im Internet gefunden, konnte mir aber so einen groben Überblick verschaffen, wie das Model Y dann ausgestattet ist. Wir nehmen es als Fünfsitzer und wir nehmen auch nicht den volltauglichen autonomen Autopiloten, sondern wir nehmen den Standard, weil der vermutlich in etwa dem entspricht, was auch Ford anbietet, wobei Ford zum Beispiel in Amerika im Sommer 2021 ein Update ausrollen wird, wo Firma wo 600 US-Dollar bezahlen muss, dass man dann am Freeway tatsächlich hands-free, also ohne die Hände am Lenkrad zu haben, dort fahren kann. Man muss dann halt nur die Augen noch auf die Fahrbahn richten. Das wird dann von Kameras überwacht, dass das auch der Fall ist. Und dann haben wir hier schon den Preis. Die 59.600 sind allerdings inklusive Überführungskosten. Also da sind 980 Euro Bearbeitungsgebühren mit drin. Das werden die Überführungskosten sein, hoffe ich mal. Das muss ich beim Mustang Mach-E auch bezahlen. Von daher lasse ich diesen Betrag weg. Und um jetzt beim Mustang Mach-E auch das vergleichbare Fahrzeug rauszufinden, weil beim Mach-E gibt es aktuell eine deutlich größere Auswahl bei den Bestellfahrzeugen als bei Tesla. Muss man in die technischen Spezifikationen natürlich schauen und dann wird man auch schnell fündig. Man findet das AWD-Modell und dort Extended Range 5,1 Sekunden von 0 bis 100. Die Höchstgeschwindigkeit ist früher abgeregelt, hat auch 19 Zoll Räder, hat eine grundsätzliche Leistungskarakteristik, die sicherlich dem Model Y in etwa entspricht. Die Reichweite nach WLTP ist etwas höher, weil auch die Netto-Kapazität des Akkus etwas höher ist. Und das Fahrzeug kommt aber am ehesten dem nahe, was wir beim Tesla Model Y haben. Deshalb habe ich dieses auch zugrunde gelegt. Und da habe ich dann hier auch mal die Preisliste rausgesucht. Ihr findet übrigens alle Links auch wieder unten in der Videobeschreibung dazu. Und da zahlt man also für das AWD-Modell mit dem großen Akku 62.900 Euro. Da das Model Y aber außerdem noch über ein Panoramadach verfügt, habe ich mich auch entschlossen, das Technologie-Paket 2 noch mit dazu zu nehmen. Und da zahlt man beim AWD-Modell 3.000 Euro. Da sind dann aber auch noch Goodies wie die Bang- und Olaufenanlage dabei, Heckklappe, elektrisch Sensor gesteuert, kann man also mit dem Fuß öffnen, 360-Grad-Kamera und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und deshalb habe ich das mit dazu genommen und komme dann auf einen Preis von 65.900 Euro. Und da muss man ganz klar sagen, der Ford Mustang Mach-E ist dadurch ein ganzes Stück teurer als das Model Y. Bekommt deshalb hier drei Punkte. Und den Model Y gebe ich hier, weil ich es auch mit dem VW ID.4 ein bisschen vergleiche, und denke, dass das tatsächlich insgesamt der bessere Deal ist. Einfach mal fünf Punkte und gewichte das Ganze auch mit fünf Punkten, weil, ihr kennt mich, ich bin als Sparbrötchen bekannt und lege deshalb auf günstige Preise Wert. Und dann komme ich jetzt beim Mach-E auf 15 Punkte und beim Model Y 25 Punkte für die spätere Gesamtpunktzahl. Dann kommen wir zu einem Punkt, der natürlich im höchsten Maße subjektiv ist. Trotzdem möchte ich es in die Bewertung mit einfließen lassen. Und ich denke, dass da mein Geschmack auch, ja, vermutlich die Mehrheit der Autofahrer halbwegs treffen wird. Ich hoffe es zumindest, aber wie gesagt, ihr könnt ja dann auch später nach dem Video noch mal eine eigene Bewertung vornehmen. Und ich habe hier mal einfach von der Google Bildersuche ein paar Bilder rausgesucht, wo die Autos auch verglichen werden. Also von vorne erkennt man hier zum Beispiel schön, dass der Mustang Mach-E über Powerdomes verfügt. Er hat aggressiver gestaltete Scheinwerfer. Er hat eine charakteristischere Nase, wie ich finde. Deshalb gefällt er mir von vorne schon mal besser als das Tesla Model Y. Auch von hinten finde ich das individueller gestaltet, ein bisschen sportlicher, ein bisschen aggressiver. Und das trifft meinen Geschmack tatsächlich mehr. Und wenn man auch die Seitenlinien sich anschaut, Model Y ein bisschen höher scheinbar gebaut, zumindest von der Optik. Ford verwendet da ja einen optischen Trick, indem sie das Dach oben farblich absetzen und nach hinten dadurch ein bisschen verlängern. Aber insgesamt trifft der Ford Mustang Mach-E eher meinen Geschmack, wobei SUVs auch nicht zu 100% meine Favoriten sind. Gut, der Ford Mustang Mach-E wird als Crossover eingestuft, dennoch nicht zu 100% mein Geschmack. Aber er gefällt mir besser, deshalb kriegt er hier 4 Punkte und das Model Y, obwohl ich es auch optisch gelungen finde. Aber es ist nun mal auch ein SUV und mir gefällt der Mach-E besser. Bekommt 3 Punkte, Gewichtung in dem Fall auch 5 Punkte, weil Optik ist mir schon wichtig beim Auto. Man will ja auch die Nachbarn ein bisschen beeindrucken, also 5 Punkte. Und da haben wir dann 20 bzw. 15 Punkte für die Gesamtwertung. Dann kommen wir jetzt zum Thema Modellauswahl. Und hier wird der eine oder andere sagen, was hat das denn mit dem Auto zu tun? Ich gebe euch recht, das passt nicht zu 100% hier rein. Dennoch ist es für mich entscheidend, dass ich auch eine große Auswahl bei den Fahrzeugen hatte. Denn der Mach-E, AWD, Extended Range wäre mir zu teuer gewesen. Und ich lege aktuell Mehrwert auf eine hohe Reichweite und war deshalb froh, dass es den großen Akku auch mit Heckantrieb gibt. Und der dann eine WLTP-Reichweite von 510 km erreicht. Also ich bin dann schon dankbar, wenn ich eine große Auswahl habe. Im Moment gibt es vom Ford Mustang Mach-E bestellbar 2 RWDs und 2 AWDs. Das muss ich ja auch noch korrigieren, da steht noch RWD. Es werden aber insgesamt 4 AWDs sogar bestellbar sein. Ich gehe davon aus, dass auch beim Tesla Model Y noch eine Standard-Range-Version kommen wird. Auch mit Heckantrieb vermutlich ähnlich wie beim Model 3. Im Moment sind es aber 2 Fahrzeuge, die man beim Model Y bestellen kann. Bei Ford sind es 4 Fahrzeuge. Da finde ich die Auswahl bei Ford besser. Deshalb hier 4 Punkte und beim Model Y 2 Punkte. Und bei der Gewichtung gebe ich dem Ganzen aber tatsächlich nur einen Punkt, weil das sicherlich für die meisten nicht ganz so wichtig ist. Wie gesagt, ich war froh, dass es auch das Modell mit dem großen Akku als Hecktriebler und mit richtig großer Reichweite gibt. Aber vielleicht sagt der eine oder andere von euch, das ist mir jetzt mal völlig egal. Dann kommen wir zum Thema Reichweite und Laden bei den beiden Fahrzeugen. Jetzt gehe ich wieder spezifisch auf den Mustang Mach-E AWD-ER und das Model Y mit Allrad ein. Hier muss man ganz klar sagen, super wichtig und super komplex das Thema. Denn es setzt sich zusammen aus den Ladegeschwindigkeiten, aus der Reichweite und natürlich auch den Lademöglichkeiten, also dem Ladenetz. Und beim Ford Mustang Mach-E hat Ford über die Ford Pass-App eine große Abdeckung in ganz Europa über die Ladestation. Das heißt also, die Ladeinfrastruktur sollte passen. Sie haben ja dann auch noch so ein Extra-Angebot für Ionity. Im ersten Jahr muss man nicht mal die Abo-Gebühr bezahlen. Ich werde von diesem Angebot keinen Gebrauch machen, weil ich diese Abo-Modelle ablehne und weil ich ja auch die Preispolitik von Ionity ablehne. Nur im Notfall fahre ich zu Ionity. Auf jeden Fall, Lademöglichkeiten sollten genug da sein. Aber man muss ehrlich sein, Tesla-Fahrer können auf genau das gleiche Ladenetz, zum Beispiel über Karten, New Motion, EnBW, was auch immer, genauso zugreifen. Und haben zusätzlich noch Zugriff auf das Supercharger-Netz, was dann auch noch mit aktuell, glaube ich, 35 Cent je Kilowattstunde relativ preiswert ist. Und deshalb, Ladenetz ganz klar geht an das Model Y. Dann die Reichweite, da muss man sagen, liegt der Mach-E ein Stück weit vorne. Denn er bietet eine WLTP-Reichweite, die um 35 Kilometer höher ist. Und es wird gemungelt, Ford sei eher konservativ rangegangen, was diese Ermittlungen angeht. Hier könnte es also in der Praxis sogar sein, dass der Mach-E noch ein Stück weiter kommt als das Model Y. Das bietet eine WLTP-Reichweite von 505 Kilometern. Muss aber fairerweise auch sagen, der Mach-E hat natürlich auch einen größeren Akku netto zur Verfügung. Also er wird sicherlich etwas ineffizienter sein als das Model Y. Trotzdem hat hier der Mach-E die Nase vorne. Was die Ladeleistung angeht, ist vor den meinen Augen eher konservativ rangegangen. Die laden also mit 150 kW. Man muss abwarten, wie die Ladekurve aussieht. Model Y lädt mit 250 kW in der Spitze. Allerdings fällt die Kurve auch dann wieder relativ stark ab. Dennoch, auch der Wertungspunkt geht grundsätzlich an das Model Y. Denn es kann wahrscheinlich insgesamt schneller laden als der Ford Mustang Mach-E. Dennoch bin ich auch mit der Reichweite, mit der Ladeleistung und dem Netz vom Mach-E einverstanden. Deshalb bekommt er hier vier Punkte. Ach, jetzt geht es gerade nicht. Moin, vier Punkte. Und das Model Y natürlich, weil Klaas und Bester im Moment bekommt fünf Punkte. Gewichtung, mir persönlich super wichtig, auch fünf Punkte. Und ich denke, es ist halbwegs fair bewertet. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, der Abstand zum Mach-E müsste noch etwas größer sein. Aber ich sage es mal so, ich gehe davon aus, dass die Ladekurve des Mach-E eher etwas später abfallen wird, als die vom Model Y. Und erwarte, dass der Unterschied vielleicht nicht so groß ist, wie jetzt hier auf dem Papier in Sachen Ladeleistung auf den ersten Blick aussieht. Ja, und dann kommen wir zu den Fahrleistungen. Und da muss man sagen, da finde ich beide Autos absolut top und ausreichend. Mehr als ausreichend. Mehr als ich sogar brauche oder brauchen würde. Weil ich habe ja dann den Hackerantriebler und der hat diese Fahrleistung nicht, die diese beiden Fahrzeuge bieten. Das Tesla Model Y 217 kmh, Höchstgeschwindigkeit 5,1 Sekunden von 0 auf 100. Und der Mustang Mach-E in der entsprechenden Ausführung 5,1 Sekunden, aber bei 180 kmh abgeriegelt. Jetzt muss man aber auch ganz ehrlich sagen, dass man als Elektroautofahrer eher seltener über 180 kmh fährt, weil natürlich der Verbrauch da exorbitant ansteigt, weil die Autos halt so energieeffizient sind und man dann wirklich erkennt, was der Windwiderstand ausmacht. Dennoch muss man sagen, das Model Y hat hier die Nase vorn mit den 217 kmh und ist in meinen Augen mehr als ausreichend. Kriegt also die volle Punktzahl 5 Punkte. Und den Mach-E werde ich ein bisschen abwerten, weil er halt nur 180 kmh schafft, in Anführungszeichen, wann fährt man da schon mal? Der bekommt hier 4,5 Punkte. Ich will ihm auch nicht nur 4 Punkte geben, weil ich sage es mal so, das ist schon von den Fahrleistungen so, dass man im Alltag immer ganz gut mit dabei ist, auch auf der Autobahn. Gewichtung, ganz klar in meinem Fall 5 Punkte. Ich würde Spaß haben beim Autofahren. Das heißt also hier 22,5 Punkte für den Mach-E und 25 Punkte für das Model Y. Zum Thema Fahreigenschaften will ich mir aktuell erst mal noch kein Urteil erlauben. Ich bin beide Fahrzeuge noch nicht gefahren. Im Mach-E bin ich zumindest mal mitgefahren. Er hat einen straffen Eindruck gemacht. Dennoch hat er in meinen Augen genug Komfort geboten, zumindest auf dem Beifahrersitz. Ein Model Y sah sich selbst noch nicht. Ich befürchte aber, dass es ähnliche Schwächen in meinen Augen haben wird bei höheren Autobahngeschwindigkeiten wie das Model 3, weil der Aufbau ist noch etwas höher. Fahrwerk wird vermutlich ähnlich sein. Ich weiß es aber nicht und deshalb gibt es zum Thema Fahreigenschaften in diesem Fall keine Wertung von mir. Dann kommen wir zum Thema Stauraum, Frank und Kofferraum. Da ist es erst mal wichtig zu wissen, wie groß sind die Autos überhaupt. Man stellt sehr schnell fest, dass die beiden Autos offensichtlich direkte Mitbewerber im gleichen Marktsegment sind. Der Ford Mustang Mach-E ist 4,70 Meter ungefähr lang. Das gleiche gilt auch für das Model Y. Das ist 4,77 Meter, 4,78 Meter lang. Breite 1,85 Meter. Der Mach-E ist sogar ein Stück breiter mit 1,88 Meter. Höhe 1,62 Meter beim Mach-E und 1,60 Meter beim Model Y. Also ihr seht schon, obwohl das Model Y ein bisschen höher optisch aussieht, ist es in Wirklichkeit sogar ein Stück flacher. Wobei das natürlich auch an der Bodenfreiheit liegen könnte. Also die Abmessungen grundsätzlich sind ähnlich groß. Was dann den Kofferrauminhalt anbelangt, habe ich mich schwer getan, beim Model Y Informationen zu finden. Beim Mach-E habe ich sie gefunden. Die 502 Liter beziehen sich hier übrigens darauf, wenn man den Kofferraumboden nach unten stellt. Der ist also verstellbar. Und beim Model Y habe ich aber zumindest herausgefunden, dass wenn man die volle Ladekapazität bei ungeklappter Rücksitzbank in Anspruch nimmt, dass man dann 1,868 Liter zur Verfügung hat. Wie groß der Frunk ist, wie groß der Kofferraum an sich ist, kann ich nicht genau sagen. Ich vermute aber, dass das Model Y hier tatsächlich einen Tick vorne liegt. Deshalb bekommt von mir der Mach-E hier 4 Punkte und das Model Y bekommt 4,25 Punkte. Wie gesagt, schwierig zu sagen, könnte man eventuell im späteren Verlauf auch noch ein bisschen nach oben bringen. Dann was die Gewichtung angeht, ist für mich Kofferraum und Stauraum mittlerweile wichtiger, als ich das früher gedacht habe. Das habe ich durch den Hyundai Kona Elektro erfahren, weil der doch ein bisschen begrenzt ist in seinem Stauraum. Und das ist mir tatsächlich im Alltag ein bisschen zu wenig. Deshalb gibt es hier 4 Punkte dafür. Und der Mach-E bekommt 16 Punkte, Model Y bekommt 17 Punkte. Dann was die Innenraumabmessung angeht, ist es auch ein bisschen schwierig, die beiden Autos zu vergleichen, weil ich auch die Model Y-Informationen nur so gefunden habe in Inch. Also da tue ich mich ein bisschen schwer. Die Informationen hier zum Mach-E sind in Millimetern und auch ein bisschen detaillierter, wobei man es auch nicht 1 zu 1 vergleichen kann. Aber alles, was mein Eindruck ist, was ich an Videos gesehen habe, gehe ich hier von einem absoluten Gleichstand aus. Ich gehe davon aus, dass 5 Erwachsene in den Fahrzeugen jeweils mitfahren können und gebe deshalb beiden Autos hier auch 5 Punkte. Gewichtung liegt bei mir nicht ganz so hoch, weil bei mir nur ganz selten mehr als 2 Passagiere im Auto mitfahren. Deshalb gebe ich hier mal 3 Punkte für mich in der Gewichtung und liege dann beim Mach-E bei 15 Punkten und natürlich beim Model Y auch bei 15 Punkten. Dann kommen wir zur Verarbeitungsqualität im Innenraum und auch der Materialanmutung. Ich trenne extra Innenraum und Außenansicht, denn bei Tesla gibt es da in meinen Augen, zumindest was ich bisher gesehen habe, eine relativ große Diskrepanz. Also Verarbeitungsqualität beim Mach-E in meinen Augen ein Träumchen. Wenn ich das auch vergleiche mit dem VW ID.3, der ja auch gar nicht so viel billiger insgesamt angeboten wird, als jetzt zum Beispiel ein Mach-E mit Heckantrieb, dann ist das der Wahnsinn, was Ford dort in dem Auto verbaut. Und weil mir das wirklich richtig gut gefällt, es sich gut anfasst, einfach Ford sich da absolut Mühe gegeben hat und ich auch echt sagen muss, das hätte ich in einem Ford nie für möglich gehalten. 5 Punkte und beim Model Y gebe ich ein bisschen Abzüge, weil das Material nicht überall ganz so hochwertig wirkt, wie im Ford Mustang Mach-E, zumindest auf mich. Aber ich auch finde, dass im Innenraum die Qualitätsanmutung, wie es verbaut ist und auch das Material mehr als nur okay ist, sondern gut ist, bekommt ihr hier von mir 4 Punkte, weil Model Y wird so sein wie das Model 3 und Model 3 habe ich schon ein paar gesehen. Und viel zu meckern gibt es da, wie gesagt, auch nicht. Deshalb gleiche Punktzahl, wie ich auch dem Model 3 im Innenraum geben würde. Gewichtung, 5 Punkte, ich lege da mittlerweile Wert drauf, ich sitze da drin, das sehe ich, das fasse ich an, das soll schön sein, finde ich wichtig, deshalb hier 25 Punkte für den Mach-E, 20 Punkte für das Tesla Model Y. Verarbeitungsqualität außen, schwierig zu beurteilen. Ford ist jetzt nicht gerade als absoluter Spaltmaß-Fetischist bekannt, ob jetzt die Lacke wirklich absolutem Premium-Anspruch entsprechen, ja, ich vermute mal eher nicht, aber ich gehe auch davon aus, dass Ford weiß, wie man Autos zusammenbaut, dass die Qualität in Ordnung sein wird und deshalb bekommen die hier von mir erstmal vorab großzügige 4 Punkte. Ich gehe davon aus, dass es passen sollte. Beim Model Y muss man mal abwarten, wie die Autos dann aus dem Werk in Deutschland, in Grünheide, ausgeliefert werden. Ich habe aber die Erfahrung halt vom Model 3, dass da an der einen oder anderen Stelle doch mal etwas nicht ganz so top ist. Mir fällt da auch das Model 3 vom Timo ein, was wir zusammen abgeholt haben. Da hätte ich zwischen Tür und Kotflügel vorne rechts die Hand fast dazwischen schieben können. So viel Platz war da. Und das sind dann schon Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Ich weiß, es gibt auch viele Model 3s, die sind top und da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Gerade die Model 3, die wohl aus China kommen, scheinen eine bessere Qualität zu haben. Aber trotzdem, meine Erfahrung, ich bin erstmal skeptisch, drei Punkte. Ich muss aber auch sagen, die Verarbeitungsqualität außen ist mir nicht ganz so wichtig, solange die Autos nicht vor sich hin rosten, ist das für mich okay. Und solange das nicht so schlimm ist, wie beim Tesla Model 3 vom Timo, weil ich muss ehrlich sagen, ich hätte schon lange überlegt, ob ich das Auto so mitgenommen hätte. Aber trotzdem, drei Punkte für die Qualitätsanmutung außen ist mir, wie gesagt, nicht so wichtig. Mach E bekommt also zwölf Punkte und das Model Y neun Punkte. Dann das Thema Ausstattung. Und da muss ich sagen, das ist ein richtig schwieriges Thema bei den beiden Fahrzeugen. Vor allen Dingen aber beim Model Y, weil das hier sind eigentlich alle konkreten Informationen, die man finden kann. Ob jetzt das Tesla Model Y zum Beispiel in Deutschland eine elektrische Heckklappe haben wird, da habe ich in Foren dazu nachgelesen. Da wird scheinbar drüber spekuliert, aber so richtig wissen tut man es nicht. Ist jetzt aber auch nicht das allerwichtigste Feature. Ich habe aber hier auf jeden Fall mir mal so einen groben Eindruck verschafft und habe dann das gleiche auch beim Ford gemacht. Bei Ford hat man halt wirklich alle Informationen zu den Ausstattungen. Da wird also ins Detail alles genannt, was das Auto so aufzuweisen hat. So würde ich mir das halt auch von Tesla wünschen. Das ist im Moment nicht der Fall. Aber ich habe mir mal so einen groben Eindruck, wie gesagt, verschafft und habe dann auch mal so gesagt, was für mich so wichtige Knackpunkte sind. Also der AWD mit Extended Range Mach E, der bekommt Matrixlicht. Dann habe ich gesehen, ich habe hier Google Auto geschrieben. Der hat Android Auto, der hat Apple CarPlay, hat das Model Y in meinen Augen jeweils nicht. Der hat einen Instrumentencluster. Da habe ich auch noch einen Fehler, was ich korrigieren muss. Das sind auf jeden Fall Dinge, die ich sehr zu schätzen weiß. Also diese Gestaltung von Tesla ohne ein Instrumentencluster, das gefällt mir ganz persönlich nicht. Kann man mittlerweile auch nachrüsten. Dann Model Y hat zum Beispiel YouTube, hat den großen Autopiloten, den man dazu kaufen kann. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass der Ford ein bisschen in Mühe die Nase vorn hat. Alles, was ich gelesen habe, der hat dann auch eine beheizbare Frontscheibe. Und ja, viele kleine Details, die mir gut gefallen. Und auch Over-the-Air-Updates hat er, also wie Tesla auch. Man wird später auch zusätzliche Features dazu kaufen können, wie das bei Tesla ja auch schon möglich ist. Also aber im Großen und Ganzen halbwegs auf Augenhöhe. Ich gebe jetzt dem Mustang einfach mal 4,25 Punkte. Dem Model Y gebe ich 4 Punkte. Weil wie gesagt, ich glaube tatsächlich, im Detail gibt es beim Ford Mustang Mach-E ein bisschen mehr, womit man rumspielen kann. Deshalb dieser kleine Unterschied, Gewichtung. Da ich bei Ausstattungsdetails immer wieder Kompromisse mache, zum Beispiel bei den Sitzen beim Mach-E, die lassen sich leider nicht ankippen. Da lege ich eigentlich Wert drauf. Insgesamt Gewichtung 4 Punkte. Model Y bekommt also 16 Punkte, Mach-E bekommt 17 Punkte. Dann kommen wir zum Thema Service Partner. Also welche Möglichkeit hat man, um am Auto auch mal was reparieren zu lassen. Und dann musste ich jetzt hier nochmal korrigieren. Scheinbar hat Tesla nur 16 Service Partner in Deutschland. Ich habe mal alle hier durchgezählt, die hier in der Liste drin sind. Auch die, wo steht Coming Soon. Das sind also 3, 6, 9, 12, 15, 16. Und dann habe ich mal geschaut, wie viele Ford Händler bzw. Service Partner es in Deutschland gibt. Das sind also Vertriebspartner. 2018 waren es 658. Service Partner sind es 1095 gewesen. Das ist doch eine signifikante Anzahl mehr, als ich jetzt an Service Partnern bei Tesla habe. Und deshalb muss ich das hier natürlich auch ein bisschen entsprechend gewichten. Ich sage mal so, Ford bekommt 5 Punkte, weil man wirklich an jeder Ecke einen Vortentler oder einen Service Partner findet. Und bei Tesla, auch wenn es den Ranger Service gibt, das ist mir bekannt, aber da ist es auch nicht ganz einfach immer Termine zu bekommen. Auch Informationen von Tesla. Zumindest ist das das, was ich in Foren und auch von Zuschauern immer wieder höre. Deshalb bekommt Tesla im Moment, auch wenn ich dafür aufs Dach kriege, nur 2 Punkte. Bei der Gewichtung will ich mir das nicht zu hoch bewerten. Denn wann geht bei einem Elektroauto schon mal was kaputt? Das ist ja doch eher seltener der Fall. Und deshalb mache ich bei der Gewichtung 3 Punkte. Und damit sind wir bei 15 Punkten für den Mach-E und leider nur 6 Punkten für das Tesla Model Y. Dann kommen wir zum Thema Fahrzeug- und Akkugarantie. Da habe ich mal recherchiert. Also Fahrzeuggarantie, Neuwagengarantie beim Ford Mach-E wird wahrscheinlich 2 Jahre sein. Akku ist 8 Jahre plus 160.000 Kilometer. Das, was heutzutage also Standard ist, ich gehe auch davon aus, dass hier wahrscheinlich eine Akkukapazität von 70% garantiert sein wird, ist bei Tesla nach meinem Kenntnisstand genauso. Dort bekommt man aber 4 Jahre oder 80.000 Kilometer Laufleistung Garantie, je nachdem was zuerst eintritt. Und bei der Batterie sind es 8 Jahre plus 192.000 Kilometer. Das ist also tatsächlich besser als bei Ford. Und deshalb bekommt Ford von mir hier 3 Punkte. Denn die Fahrzeug-Neuwagen-Garantie beim Model Y oder beim Tesla gefällt mir besser. Und Tesla bekommt hier 5 Punkte, weil ich denke, das ist vom Umfang her so, wie ich mir das wünschen würde. Bei der Gewichtung gehe ich genauso her wie bei den Service-Partnern. Denn wann geht wirklich mal was kaputt? Wird die Batterie wirklich nur 8 Jahre oder 160.000 Kilometer halten und dann nur noch 70% aufweisen? Oder weniger als 70%? Ich sage an der Stelle nein. Deshalb hier auch 3 Punkte. Und damit bekommt der Mach-E hier 9 Punkte und das Model Y hier 15 Punkte. Und diese knappe Punktzahl ist auch meiner Überzeugung nach grundsätzlich gerechtfertigt. Natürlich kann man in der einen oder anderen Kategorie noch hin und her verschieben. Aber vom Prinzip her nehmen sich beide Autos in meinen Augen in der Gesamtbetrachtung nicht ganz so viel. Man kann beide guten Gewissens kaufen. Man bekommt mit Sicherheit mit jedem der beiden Autos ein richtig gutes Elektroauto. Und deshalb entscheidet letzten Endes der Geschmack oder die Schwerpunkte, die man setzt bei den Fahrzeugen, darüber, welches man kauft. Das, was in meinen Augen beim Mustang Mach-E AWD ein gewisses Problem darstellt, ist der Aufpreis vom Hecktriebler zum Allradler. Das sind nämlich, wie ihr sehen könnt, rund 8.500 Euro. Und das ist in meinen Augen zu viel. Wäre Ford hier ein bisschen bescheidener, dann könnte man auch noch deutlich besser im Vergleich zum Model Y abschneiden. So reicht es in meinen Augen nach meiner subjektiven Einschätzung tatsächlich nur zu einem Unentschieden zwischen den beiden Autos. Jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere von euch zu Recht sagen, Michael, du hast das Video, darum ist der Ford Mustang Mach-E besser als das Model Y genannt. Diese Punktzahl rechtfertigt einen solchen Titel doch nicht, weil das ist ja wirklich hauchdünn, selbst nach deiner subjektiven Bewertung. Und da muss ich sagen, ja, das ist nicht ganz unberechtigte Kritik, aber es gibt noch einen weiteren Bewertungspunkt, den wir natürlich in keinster Weise außer Acht lassen dürfen. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei den Kollegen vom teslamagd.de bedanken, denn die haben mir ein Bewertungskriterium noch geliefert, das hatte ich gar nicht am Schirm. Und das sorgt auch dafür, dass die endgültige Punktzahl so ausfällt, dass auch der Titel kein Klickbeet ist, sondern absolut berechtigt, was meine subjektive Bewertung angeht. Hier zeige ich euch nur mal kurz die Überschrift, alle gegen Tesla Teil 11, Ford Rivale Mustang Mach-E wie das erste Angeber-Elektroauto. Wir scrollen hier mal runter, denn es gibt noch den Angeberfaktor und laut teslamagd.de, den Artikel habe ich hier auch verlinkt, den könnt ihr euch dann nochmal anschauen, ist der Ford Mustang Mach-E das erste Angeber-Elektroauto auf dem Markt, bekommt damit 10 Punkte. Das Tesla Model Y ist im Gegensatz dazu Auto gewordene Bescheidenheit, bekommt also nur einen Punkt. Da mir das nicht ganz so wichtig ist mit dem Angeberfaktor, in der Gewichtung nur einen Punkt, dennoch bekommt der Ford Mustang Mach-E hier 10 Punkte, das Tesla Model Y nur einen Punkt. Damit haben wir einen Vorsprung von 9,5 Punkten oder in Prozent ausgedrückt. Der Ford Mustang Mach-E AWD Extended Range ist um 5% besser als das Tesla Model Y. Ja und mit dieser Bomben-Sensation sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich denke, jede Stammtisch-Diskussion ist damit überflüssig. Ich habe das Weihnachtsfest in ganz vielen Familien damit gerettet, denn der Familienfrieden ist nicht gefährdet durch Diskussionen, ist nur der Mach-E besser oder das Model Y besser. Wie gesagt, Mustang Mach-E ist um 5% besser als das Model Y. Das bleibt als Wert für immer in den Geschichtsbüchern zur E-Mobilität verankert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr könnt ja unten in den Kommentaren auch nochmal schreiben, wo ich nicht so bewertet habe, wie ihr euch das vorstellt. Ansonsten war es das fürs heutige Video. Wenn ihr Anregungen habt, Verbesserungsvorschläge oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl obligatorisch oder wollt ihr die nächsten Vergleichsvideos verpassen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.